Willkommen zu Angreifen DVD. Die meisten Menschen greifen viel lieber an als sich zu verteidigen und das gilt natürlich auch für mich. Wenn man es im Spielertyp-Modell sieht, sind in der Tat Aktivspieler und Hyperaktivspieler besonders gerne im Angriff, so dass sich das Angebot von Chess BSD-DVD zu machen natürlich ohne nachzudenken sofort akzeptiert habe. Ich habe die DVD nach den Hauptangriffs-Faustregeln gegliedert und dann Beispiele für die Faustregeln gebracht und auch Ausnahmen. Denn natürlich sind Faustregeln im Schach spannend und vielleicht auch wichtig, wobei das so ein bisschen so eine Sache ist. Aber das zu automatische Befolgen von Faustregeln ist natürlich auch ein Fehler, eine weitere Faustregel. Gut, begonnen habe ich mit alle Figuren in den Angriff. Englisch invite everyone to the party und Beispiele dazu. Die ist ja relativ evident. Dann als Kapitel 2, die Faustregel der Angreifer tauscht kein Angriffspotenzial. Die Abtausch-Faustregeln sind ja alle mehr oder weniger problematisch. Aber diese Faustregel wirkt auch aus sich heraus ziemlich überzeugend. Gut, das nächste Öffnung von Angriffsrouten ist keine Faustregel, sondern das sind natürlich Motive dann, wie man die Langschrittler gut ins Spiel bringen kann, wie man Landeplätze für sie finden kann, wie Routen freigeschlagen werden können. Kapitel 4 betrachtet dann typische einzelne Angriffsmotive, wie das Läuferopfer auf H7, Laskers doppeltes Läuferopfer und weiteres ringsrum. Aber natürlich dann auch nur noch Grundlinien matt als zwei typische Angriffsmotive. Davon gibt es natürlich viel, 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 viel mehr, mit denen ich mich auf dieser DVD leider nicht ausführlich befassen konnte. Aber da sollten Sie sich natürlich auch schlau machen, eine Bibliothek von Motiven und Beispielen dazu anlegen. Ich habe ja mit dem Läuferopfer H7 und dem Grund rein matt nur zwei der wichtigsten exemplarisch herausgegriffen. Dann typische Angriffsstrukturen. Der Isolani, wie er hier auch in Steinitz von Bardeleben, der weiße D4. Isolani, königsindische Motive, Angriff gegen den französisch Wiener war. Aber es gibt natürlich noch viel mehr solche Strukturen. Im Spielertypenmodell kennen gerade Theoretiker ihre Strukturen extrem genau. Sie sollten natürlich die Strukturen ihre Eröffnung auch sehr genau kennen und die entsprechenden Angriffsmotive. Kapitel 6, Angriff mit ungleichfarbigen Läufern. Als Faustregel formuliert wäre das ja, ungleichfarbige Läufer begünstigen den Angreifer. Es gibt ja eine verbreitete Fehlvorstellung, ungleichfarbige Läufer wären Remis, aber das stimmt nur im reinen ungleichfarbigen Läuferentspiel. Sobald mehr dazu kommt, haben die mit Remis überhaupt nichts zu tun, sondern zementieren in der Regel den Vorteil einer Seite. Dann damit eng verwandt, Angriff auf einem Felderkomplex. Ja, das ist zum Beispiel, wenn der Piazetteläufer G7 fehlt, dann sind die schwarzen Felder, wenn Schwarz kurz rohiert, hat er sehr schwach und dann ist der Angriff auf diesem Komplex sehr naheliegend. Da gibt es auch viele wichtige Motive. Dann als ein Beispiel für den großen Angriffsmagier Michael Thal, der einzige Hyperaktivspieler, der es auf den Weltmeisterthron geerschafft hat. Und natürlich, last not least, konnte ich es nicht lassen, einen Kapitel 9, Angriffe im Endspiel zu machen. Endspiel-Angriffe unterscheiden sich als Faustregel wieder vom Mittelspiel-Krankriffen sehr erheblich. Ein wichtiger Unterschied ist, dass oft der angreifende König sich mit in die Aktionen einschaltet. Das ist ein signifikanter Unterschied in der Regel zwischen Mittelspiel- und Endspiel-Angriffen. Im Mittelspiel geht das natürlich nur in allerseltensten Fällen. Short-Timman ist da so ein Beispiel. Aber normalerweise geht es natürlich nicht. Normalerweise muss der angreifende König dort in Sicherheit bringen und die großen Angreifer wissen auch gerade, wie sie ihren eigenen König immer sicher... Material ist nicht so wichtig. Aber eigene Königssicherheit ist wichtig und Geschwindigkeit des eigenen Angriffs. Ja, hier hat die Aufnahme der DVD sehr viel Spaß gemacht. Angreifen ist ja auch ein wirklich schönes Thema. Hier zum Beispiel gleich das erste Beispiel. Steinitz von Bardeleben, weiß am Zug, D5. Und dann hier eine der spektakulärsten Kombinationen aller Zeiten. Hier beginnt der fliegende Turm von Wilhelm Steinitz. Und ja, dann verließ Kurt von Bardeleben den Turniersaal ohne aufzugeben und wie dies später ein Kurier seine Aufgabe verkündet. Machen Sie so nicht. Sie geben auf oder lassen sich matt setzen, wie auch immer. Sie gehen nicht einfach weg. Aber es ist auf jeden Fall eines der spektakulärsten Angriffspartien aller Zeiten. Und natürlich ist auch wichtig, dass der Angreifer die Taktik drauf hat. Aber es macht ja mehr Spaß, diese Gewinntaktiken durchzurechnen. Aber das sollten Sie natürlich auch drauf haben, sodass hoffentlich diese DVD auch einiges an Angriffstaktik-Training für Sie zu bieten hat. Und nun ist der Vorrede genug. Und ich bitte Sie gleich ja in Medias Res zu gehen und mit dem ersten Kapitel loszulegen.